Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem wunderbaren Video, kümmere dich um deinen Liebhaber. Wieder kamen großartige und sichtbare Bilder von erfolgreichen Schauspielern. Tuba Büyüküstün teilte in den sozialen Medien und sagte, ich denke, was ist Luxus? Das Video, in dem er fragte, stand auf der Tagesordnung. Die seit vielen Jahren in Paris lebende Schauspielerin sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, als sie einen Beitrag aus ihrer Heimat teilte. Auch Tuba Büyüküstün ist mit ihren Social Media Beiträgen häufig auf der Agenda. Büyüküstün, der letzten Monat mit seinem englischsprachigen Video in den sozialen Medien viral ging, fragte, was ist Luxus? Zum Trendthema wurde er auch mit seinem Video, in dem er schrieb, ich denke, was ist Luxus? Der Schauspieler fuhr fort, ist es Luxus, viel Geld zu haben und mit diesem Geld Autos, Jets und Taschen kaufen zu können? Oder ist es, besondere Stücke zu haben, das einzige, was sonst niemand hat? Oder ist es einfach nur sein? Du selbst, einfach, ruhig, einfach oder verrückt sein? Was auch immer du bist. Ist es Luxus, man selbst sein zu können und keine anderen Dinge zu brauchen? Er hatte gesagt, Tuba Büyüküstün, die seit vielen Jahren mit ihren Kindern in Paris lebt, sorgte für Aufsehen, als sie nach einer Weile einen Beitrag aus ihrem Zuhause in Paris teilte. Die Kommentare kamen schnell, nachdem in den sozialen Medien behauptet wurde, der Schauspieler habe ein anderes Haus in der Stadt zu lieben. In den Kommentaren zum Beitrag des Schauspielers heißt es, Luxus bedeutet, von meinem Zuhause in Paris über die Fotografie zu philosophieren, in der ich geboren wurde.